ja schönen guten morgen mein regal ist genauso aufgeräumt wie mein gesicht das ist einfach im moment sehr schwierig eine freie zeit zu finden wo man sich ja wo man mal ungestört ist wahrscheinlich wird auch jetzt gleich wieder jemand rein gehoppelt kommen deswegen versuche ich das jetzt einfach mal schnell in kasten zu bringen auch wenn es jetzt weit davon entfernt sein wird vernünftig auszusehen unsere vorlesung heißt statistik verstehen über die kunst aus daten zu lernen einiges zur vorbemerkung habe ich schon gesagt keep calm and love statistics keep calm ist natürlich ein meme was in der letzten zeit wieder ganz häufig zu sehen ist aber in dem falle gilt es auch ja ich hätte das in diesem in jedem semester so gemacht dass ich ihnen gesagt habe piano piano das wird schon alles mit dieser vorlesung machen sie sich nicht so verrückt was in jeder vorlesung oder was für jede vorlesung gilt ist dass eine vorlesung ein eigenes tempo hat und in einer vorlesung kann ich ganz anders als in einem screencast sie langsam in das thema einführen sie können dann raus gucken und die gedanken schweifen lassen das hat einfach einen anderen charakter in der vorlesung deswegen ist eine vorlesung nicht schlechter sondern ich bin einfach davon überzeugt dass bestimmte sachen nicht mit mit hochdruck irgendwie in die in die gehirne hinein gepresst werden können sondern dass bestimmte sachen einfach zeit brauchen und 90 minuten vorlesung sind einfach eine gute zeit um um sowohl den eigenen gedanken nachzugehen als auch das in der vorlesung gesagt zu verarbeiten in diesem screencast hier wird das natürlich leider ein bisschen anders sein ich werde viel schneller über bestimmte sachen hinweggehen das können wir dann einfach im nächsten leben nachholen gut diese folie haben sie sich inzwischen vielleicht angeguckt sie spricht für sich selbst viele also die heutige zeit bietet uns viele querverweise zur statistik ich bastel ihnen nachher auch noch ein klein kleines videoschnipsel ein von einer sache die ich gestern im fernsehen gesehen habe und die eigentlich ganz gut darauf passt worum es zurzeit gerade geht sehr viel ist harte konnte frei hau hart und scale of one to ten hier sehen sie vielleicht wo der übergang ist von der letzten vorlesungs reihe im herbst und winter zu jetzt wir werden uns jetzt also viel mehr mit den quantitativen teilen der forschung beschäftigen und ja mein gott witz erklären ist eigentlich auch eine sinnlose angelegenheit wir haben uns im ersten semester mit den forschungsprinzipien beschäftigt wir haben erhebungsmethoden behandelt und was wir jetzt worauf wir jetzt unseren schwerpunkt legen werden sind auswertungsmethoden ich habe einen kleinen text auf der opal seite darüber geschrieben warum wir uns als angehende sozialpädagogen und sozialpädagoginnen mit statistik herumschlagen sollten ich gehe jetzt an der stelle da nicht in extenso darauf ein es ist mir klar dass es eher eine ungeliebte veranstaltung ist das kann ich aber etwas abbildern indem ich ihnen sage worum es mir geht es geht darum dass die sicherheit gewinnen um fremde studien kritisch zu lesen und eigene wissenschaftliche fragestellungen empirisch zu untersuchen das ist also was ganz anderes als als der sinnlose und von mir auch gar nicht unternommene versuch sie alle zu großen statistikern und erbsenzählern zu machen darum geht es nicht es geht vielmehr um die anwendbarkeit dessen was sie hier lernen nämlich um die frage wie analysiere ich meine daten bei diesem und bei jedem forschungs design deswegen wird es immer diese verknüpfung geben zu den erhebungsformen die wir im ersten semester gelernt haben kritisches statistisches denken da könnten wir sogar statistisch noch weglassen kritisches denken zu schulen das ist eigentlich die heimliche hauptüberschrift dieser vorlesung statistik selber ist ganz leicht das ist im prinzip so als würden sie eine eule malen da habe ich hier eine kurze anleitung ihnen mal mitgebracht how to draw an owl first you draw some circles and then you just draw the rest of the fucking owl statistik ist es ganz genau so das schwierigste besteht gar nicht wie sie vielleicht vermuten werden in den mathematischen teilen der statistik da werden wir einige verfahren kennenlernen aber das ist überhaupt nicht das zentrale das schwierigste ist meiner meinung nach die auswahl die auswahl der richtigen verfahren oder die auswahl der passenden verfahren sollte ich vielleicht sagen weil sie merken werden dass es die richtige die richtige methode gar nicht immer gibt ja sie müssen eine auswahl treffen und dann eine souveräne gelassenheit entwickeln mit unsicherheit umzugehen in allen phasen des forschungsprozesses und die unsicherheit kommt teilweise auch aus ihnen selber heraus ja die kommt aus den daten die kommt aber auch aus ihnen selber heraus weil sie verschiedene methoden zur verfügung haben bestimmte fragestellungen zu klären was ich hier ihnen auf was ich ihnen hier mitgebracht habe ist ein zitat von von fischer fischer ist ein statistiker der wird uns noch paar mal beschäftigen weil er bestimmte tests auch entwickelt hat mit denen wir uns beschäftigen es geht hier aber eher um eine ganz allgemeine aussage nämlich die aussage dass es keine gute idee ist ein statistiker erst nach dem experiment zu befragen wie denn die daten auszuwerten sind das wäre ungefähr so wie eine obduktion statt einem arztbesuch zu machen der statistiker kann nur noch feststellen woran die untersuchung gestorben ist mit anderen worten wir müssen vorher wissen wie wir etwas auswerten wollen und dann können wir unser experiment oder unsere studie oder unseren unsere beobachtung was auch immer ordentlich planen ja das ist also etwas auf den kopf gestellte situation die ich aber im ersten semester schon recht deutlich gemacht habe vorschläge zur praktischen umsetzung lasse ich ihnen jetzt mal weg weil wir um das ganze thema wie wir die tutorinnen einbinden ja schon gesprochen haben und das in diesem semester auch etwas anders ist zwei dinge wir müssen jetzt noch mehr als sonst uns darauf verlassen dass sie auch in der lage sind alleine zu lernen nicht nur in der vorlesung und dass wir aber auch formen finden müssen um zusammen zu lernen da baue ich sehr darauf dass dass wir formen finden wo sie sich auch selber vernetzen ja gut machen sie verfallen sind bitte nicht in panik wenn sie meine formel sehen demnächst das ist nicht das zentrale der vorlesung darum geht es nicht ich kann es auch anders sagen mit einem zitat von karl friedrich gauss auch wieder mathematiker der mangel an mathematischer bildung gibt sich durch nichts so auffallend zu erkennen wie durch maßlose schärfe im zahlenrechnen ja das ist also auch wieder ein satz den sie vielleicht von dem mathematiker nicht erwartet hätten es geht nicht um drei stellen genauigkeit nach dem komma sondern es geht darum den zusammenhang zu begreifen der überschlag ist eigentlich wichtiger als das was dann auf dem taschenrechner abzulesen ist ja diese vorlesung hier ist keine matte vorlesung machen sich also da keine sorge zweite vorbemerkung die mathematik als fachgebiet ist so ernst dass man keine gelegenheit versäumen sollte sie etwas unterhaltsame zu gestalten wiederum von einem mathematiker und philosophen gesagt ja das wird uns auch hier irgendwie gelingen obwohl ich heute jetzt noch nicht so entspannt bin aber wir werden uns schon irgendwie ein gerufen und dann dann haut das auch hin drittes zitat von andrew lang andrew lang gibt es auch in fünf anderen varianten noch mal wir benutzen die statistik wie ein betrunkener ein laternenfall vor allem zur stütze unseres standpunkts und weniger zum beleuchten eines sachverhalts sie kennen alle das buch kann ich auch ja vielleicht habe ich ja sogar auch da ja das ist ist toll kann man auch einfach mal eine vorlesung halten ohne sich jedes detail überlegt zu haben weil das bücherregal in der nähe ist natürlich kennen sie alle so lügt man mit statistik das schlimme ist sage ich jetzt mal oder das schlimme sind eigentlich zwei sachen das erste ist das buch ist furchtbar populär und das zweite ist es ist vor allen dingen populär was die überschrift betrifft die überschrift kennt fast jeder den inhalt haben glaube ich die wenigsten gelesen und dann muss man auch einfach dazu sagen was hier gemeint ist ist natürlich das gegenteil davon ja wir haben es hier habe ich das hier eigentlich auch mit nee das habe ich nicht okay doch hier da ist natürlich irgendwie dabei natürlich ist das gegenteil gemeint es ist es geht darum dass die statistik genau und die das handwerkszeug gibt nicht drauf reinzufallen was an zahlen uns um die ohren geworfen wird oder was wir selber finden oder uns suchen sondern es geht darum zu verstehen was wurde dort gemacht wer hat das gemacht welches ziel und vor allen dingen mit welchen methoden und dann kommen wir also viel mehr ja können können damit können wir uns dann viel mehr der wahrheit annähern gut wenn sie mal bei google eingeben statistik ist dann werden sie so sachen finden statistik ist die mathematische form der lüge statistik ist ist schwer ja ja und so weiter und so fort dann gibt es dann gibt es noch verweise auf den witz statistik ist wenn der wenn der jäger ja mein gott zwischen zwischen zwei hasen schießt dann hat der mittel anne ich krieg's nicht hin aber sie wissen was was ich meine was hier ein bisschen verwirrend ist ist der erste feind den google ausspuckt nämlich statistik ist wie ein bikini das bezieht sich auf ich hab's heute mit zitaten das bezieht sich auf ein weiteres zitat baseball statistics are like a girl in a bikini they show a lot but not everything das ist natürlich politisch nicht mehr ganz korrekt es war eigentlich nie korrekt aber so eine witze würde man heute vielleicht nicht mehr machen aber hier ist ja wieder eine wichtige eine wichtige botschaft drin what they reveal is suggestive but what they conceal is vital es geht also immer darum nicht auf der oberfläche der statistik zu verweilen sondern sich anzugucken was was hinter der statistik jeweils steht ja sie zeigen was sie zeigen was die statistiken zeigen ist also anregend aber was sie verbergen ist die hauptsache gut statistik ist etwas worauf ich sie eigentlich gerne wo ich sie eigentlich gerne hinkriegen würde das ist also eine analogie zur literacy also zur sprachfähigkeit und man kann die durchaus man kann so was durchaus auch konstruieren als statistik literacy wo es eben darum geht dass wir in der lage sind im alltag in der lage sind statistische zusammenhänge zu verstehen das gute ist dass es dafür jetzt gerade in ziemlichen push gibt durch dadurch dass wir jeden tag mit statistik jetzt so ich nach dem verb jeden tag mit statistik zu tun haben sagen wir mal so weil sie plötzlich alle wissen was eine reproduktionszahl ist und durch solchungsquote und so weiter und so fort aber das gibt uns einfach nur sehr viele sehr viele anknüpfungspunkte jetzt und meine aussage bleibt eigentlich richtig es ist wichtig zu verstehen was dort genau verhandelt wird und worüber gesprochen wird hg wells diesmal kein statistiker hat das so zusammengefasst dass er gesagt hat statistik of thinking will one day be as necessary for efficient citizenship as the ability to read and write er sieht es also als eine kulturtechnik und dann ist auch noch die der verweis zu citizenship was also ihren politik politik theoretischer begriff ist er sieht es also durchaus als kulturtechnik an die genauso neben lesen und schreiben steht wenn wenn ich ihn in das buch gezeigt habe dann war das keine buchempfehlung ja sie können das lesen überhaupt gar kein problem kein schlechtes buch aber wie gesagt es gibt auch bessere auch zur einordnung von statistik vielleicht ist dieses buch zur uns statistik was ich ihnen hier zeige eins was mir dann eher besser gefallen würde was allerdings was aber in einem ähnlichen ton geschrieben ist nicht technisch nicht mathematisch sondern sondern er hebt ganz klar ab auf den umgang mit statistik das ist ein ganz kurzer das ist ein ganz kurzer verweis auf den artikel von dem autor des buches den ich ihnen gerade dass ich ihnen gerade gezeigt habe das ist ein psychologe und bildungsforscher und er hat meinen wichtigen artikel veröffentlicht mit seinen kolleginnen und kollegen zusammen wo er festgestellt hat dass auch unter medizinern ganz häufig ein mangelndes statistisches verständnis zu finden ist und das doch eine situation die wir einfach vermeiden wollen für unseren für unseren berufskollegen